Es geht eigentlich darum, um den Fluss, wie auch immer man das genau beschreiben kann. Vielleicht haben viele für den Flow oder kennen vielleicht den Flow-Effekt oder auch den Qi-Fluss. Es wird das gleiche sein. Vielleicht haben da einige schon was drüber erfahren, drüber gelesen oder haben einfach so Assoziationen dazu. Fangen einfach direkt an, was dazu zu sagen. Ich glaube, dann versteht man es vielleicht intuitiv sowieso schon. Und zwar habe ich jetzt eigentlich die Erkenntnis gehabt oder in den letzten Tagen, dass dieser Fluss der Dinge eigentlich so das Wichtigste ist, beziehungsweise nicht das Wichtigste. Ich will es nicht so als Wahrheit wieder darstellen, aber eine wichtige Grundlage oder vielleicht sogar die Grundlage darstellt, für was das vielleicht wissen das auch schon einige jetzt wieder und vielleicht erfahren die anderen das, wenn ich es weiter erkläre. Also um diesen Fluss zu verbessern oder erstmal überhaupt zu erreichen, in einen Fluss zu kommen, das ist stark individuell. Und ja, es ist sozusagen das, worum es geht zu einem Wohlbefinden und zur Gesundheit. Und da gibt es einige Werkzeuge und Techniken für. Und da muss man halt individuell wirklich gucken, welche Technik und welches Werkzeug für einen am besten geeignet ist und auch auf Dauer geeignet ist oder welche Kombination daraus. Und es gibt Werkzeuge, die ich als effektiv bezeichnen würde, wenn ich mich jetzt sozusagen hineinfühle in den momentanen Bewusstseinszustand der meisten Leute. Das ist zum Beispiel Ernährung, das ist zum Beispiel Sport. Für einen Teil ist es aber auch wiederum eine reine Meditation, also das reine Geistige, was meiner Meinung nach sowieso die Grundlage von dem allen ist. Und für mich war das erfolgreichste Werkzeug immer und was auch sehr mächtig ist, der Sport. Besonders Ausdauer- und Kraftausdauersport. Aber Kraftsport auch, wenn man in richtig krassen Leistungsregionen sich begibt. Mit einer ordentlichen Grundlage erstmal. Und Ernährung war dann halt so das nächste, weil ich irgendwann gemerkt hatte, dass es das eigentlich nicht sein kann. Also dass es jetzt kein Ende sein kann, dass es nicht sein kann, dass jetzt das der normale Zustand ist, wie man sich fühlt. Ich habe mich immer noch, also ich habe halt gemerkt, dass das oder für mich erkannt oder dachte für mich erkannt zu haben, dass es eigentlich so eine Art von Kompensation ist. Und Meditation könnte man je nachdem auch als Kompensation bezeichnen. Das kommt aber auch wieder auf die Sichtweise an. Man könnte auch Raw Foods, also Rohkost auch als Kompensation bezeichnen. Also bin ich mir auch nicht komplett sicher. Wo ich mir sicher bin, und das ist auch eigentlich nur das Wichtigste, dass halt gewisse Dinge funktionieren. Für den einen besser und für den anderen weniger gut. Und dass etliche oder einige Rohköstler auch einen sehr schlechten Energiefluss haben können. Und andersrum auch Kochköstler einen sehr guten Energiefluss haben können. Die Kombination so das Beste wäre, aber man sich halt zu nichts zwingen sollte, weil der Fluss dadurch dann noch schlechter wird eigentlich. Und viele wissen halt intuitiv, zum Beispiel der Rohkost, dass sie das auf Dauer nicht schaffen können. Und da finde ich es dann halt sinnvoll, so eine Art Urgangskost zu machen und dann parallel das weiterzumachen, was für sie individuell so noch besser funktioniert und es besser fließen zu lassen. Zum Beispiel Yoga oder Meditation zum Beispiel. Oder Musik machen, auch Musik hören oder halt irgendeiner Leidenschaft nachgehen, das auch sehr stark den Energiefluss und auch den Qi-Fluss verbessert. Und das Optimalste, was ich halt versuche, ist halt die Kombination von beiden. Aber öfters geht das mittlerweile jetzt auch zu schnell. Ich habe jetzt viele Erfahrungen damit gemacht, indem ich da sehr schnell vorangeschritten war zuerst. Aber man muss auch feststellen, dass manchmal es einfach zu krass wird, mit den Energien umzugehen, dass es dann wirklich sinnvoll ist, sich zu erben. Also man kann auch als Rohkoster einen ziemlich schwachen Fluss haben. Also keinen ziemlich schwachen. Also es ist jedenfalls unwahrscheinlich, sage ich mal so. Aber wenn man innerlich blockiert ist, kann das halt sein. Also es reicht meiner Meinung nach nicht, zu sagen, ja, ich ernähre mich jetzt komplett roh und das ist für immer. Und damit hat sich jetzt alles, das ist jetzt das, was ich erreichen wollte. Sondern es ist eher so, dass Rohkost eine Grundlage für alles darstellt. Und eine Art Katalysator, also ein Werkzeug, ein sehr, sehr, sehr mächtiges Werkzeug, um halt alles weitere, was man davor gemacht hat und auch noch machen will, effizienter zu machen, schneller zu machen, besser zu machen, effektiver zu machen, mit weniger Anstrengung zu machen, mit fast gar keiner Anstrengung zu machen. Aber dass das sozusagen eine Art Grundlage ist, ein grundlegendes Werkzeug. So nehme ich das mittlerweile wahr. Ja, aber man darf sich da nicht gehen lassen. Und das Problem, was auftauchen könnte, ist, dass halt durch die Rohkost die Energien schon halt so gut fließen, dass man sich dazu hingezogen fühlt oder hinreißen lässt, weniger zu machen. Das habe ich jetzt erfahren. Für mich selber, dass man denkt, aha, mir geht das ja schon gut, also brauche ich ja nicht mehr so viel machen. Und da sollte man dann halt wirklich gucken, dass man halt trotzdem weitermacht, damit man halt vorankommt. Und das sozusagen nicht als Ausrede nutzt, um nicht mehr so viel machen zu müssen. Genau wie bei der Meditation eigentlich. Also meiner Meinung nach reicht das nicht aus. Meditation ist für mich auch nur ein Werkzeug, sag ich mal so, für das reale Leben sozusagen. Um halt eine Grundlage, obwohl Grundlage ist eher Raw Foods, aber gleichzeitig Werkzeug. Meditation und Sport ist für mich nur Werkzeug, sag ich mal so. Kann aber auch eine Säule sein. Das ist keine richtige Grundlage. Das ist sozusagen die Grundlage der Barot sozusagen oder der Floor. Kann die Ernährung sein. Muss nicht unbedingt Raw Foods sein. Vielleicht mit dem Ziel Raw Foods. Und Sport kann sozusagen eine Säule sein. Meditation kann eine starke Säule sein, um dann irgendwas zu tragen. Aber es müsste noch was da sein, was getragen werden kann. Also das ist jetzt so meine Ansicht. Vielleicht kann man auch in einen Status kommen, wo man halt nichts mehr tragen muss und so weiter. Und alles halt so stark fließt. Aber das wäre jetzt ein anderes Thema. Da habe ich vielleicht auch mal geistig reingeschnuppert, aber kann ich momentan jetzt nichts weiteres zu sagen. Genau, wenn einem die Energien zu krass werden, mit der Rohkost allgemein, besonders mit der Rohkost, dann empfehle ich trotzdem sich langsam da hinein zu schnuppern, sage ich mal so. Um sich dann hin und wieder zu erden. Dass man halt nicht sagt, ja, das ist für mich so krass, kann ich nicht mit umgehen, ich brauche mehr Erdung und so weiter. Dass man deswegen dann nicht wieder in Kochkost als Grundlage sozusagen, dass man nicht Kochkost als Grundlage wieder nimmt, sondern dass man halt sich dennoch da rein traut und seine Fortschritte macht. Und dann, wenn es einem halt so krass wird, dass man sich dann halt auch erdet und dass man sich das auch total gönnt. Das finde ich sinnvoll, um stetig immer weiterzukommen und das wird sich dann automatisch irgendwann verbessern. Ich wollte das dann wirklich bitte nicht so dogmatisch sehen, wie ich es am Anfang, ja, ich habe es am Anfang nicht so dogmatisch gesehen, ich wollte es einfach ausprobieren. Ich wollte einfach Erfahrungen machen. Die habe ich jetzt gemacht. Ja, ich finde es halt wirklich wichtig, sich zu erden, wenn man mit den Energien nicht umgehen kann und das kann, wenn man sich dann halt trotzdem weiter dazu reinzwingt, dann kann das wieder zu Blockaden führen. Und das Ganze geht dann nach hinten los. Das sollte man sich, finde ich, bewusst sein. Und ich denke, das passiert bei sehr, sehr vielen. Und die Energien, die sind wirklich so richtig krass. Also es ist ein Unterschied zwischen Tag und Nacht. Komplett Rohkost, mal ein paar Wochen zu Kochkost. Und es gibt auch wirklich, ich habe auch Berichte gehört, aus zweiter Hand, aus erster Hand jetzt nicht so viele. Aus zweiter Hand ist das, dass viele dadurch auch sogar verrückt werden, also jetzt im wirklichen Sinne. Dass sie damit halt wirklich nicht umgehen können, sich aber trotzdem weiter dogmatisch da reinzwingen. Und weil das einfach zu krass ist für einen. Die Veränderungen können wirklich sehr krass sein. Die Energie fließt so stark, das kommt so viel ins Gehirn rein eigentlich auch. Das ist mir sehr wichtig, das zu sagen, dass man sich dann auch wirklich erdet. Aber man kann sich auch mit Rohkost erden, da gibt es auch Werkzeuge. Ja, man kann sich das auch so vorstellen, wie wenn der Körper und ein Teil des Geistes sozusagen ein Getriebe darstellt. Und die Energie, die das Getriebe umsetzen muss, oder diese Zahnräder, die das umsetzen muss, dann einfach zu groß wird. Und dann verschleicht das Getriebe total schnell und blockiert irgendwann. Oder geht vielleicht sogar teilweise kaputt, auch wenn es erneuerbar ist. Und da sollte man dann halt wirklich sozusagen einen Gang runterschalten wieder, damit das reibungsloser funktionieren kann. Also bei den Raw Foods ist zum Beispiel Avocados, also Fett allgemein, in Rohkostqualität, sag ich mal so, ist eine sehr gute Möglichkeit. Da gibt es halt, Avocado ist so das Beste, finde ich. Da kann man auch gucken, dass man sich richtig schmackhafte Avocados nimmt. Nicht so wässrige. Kokosnuss ist natürlich auch ziemlich gut. Auch besonders in Rezepten. Nüsse natürlich. Nussmusse, rohe Nussmusse empfehle ich sehr in dem Falle. Auch natürlich Rezepte dann, Rohkostrezepte, auch rohe Torten, rohes Brot. Besonders rohes Brot, weil das ist wirklich sehr mineralstoffreich und damit sehr erdend. Aber trotzdem vergiftet ist den Körper nicht so. Es ist eine sehr gute Alternative zur Kochkost. Und zur Not halt wirklich erstmal wieder in diese Übergangskost gehen mit gebackenen Kartoffeln, getoastetes Brot, gebratener Reis. Je nachdem, wie man mag. Man kann das halt auch mal mit rohkost, erdenden Rohkostprodukten ausprobieren. Meine erste Wahl, das sind bei mir zwei Sachen abwechselnd. In erster Linie Trockenfrüchte, das ist meine erste Wahl, das ist halt noch besser als Fett. Trockenfrüchte gehen bei mir sehr gut, muss ich sagen. Dann esse ich auch gerne mal mehr davon insgesamt, als eigentlich nötig wäre, sag ich mal so. Immer wenn ich mehr esse, als ich denke, dass das mein Körper braucht und nötig wäre, dann ist es dafür da, um mich zu erden. Um mit den Energien besseren umzugehen. Wenn ich halt nicht, ja wenn ich halt gerade keinen Bock habe, so diszipliniert zu sein einfach. Also mit, da erzähle ich vielleicht noch was zu. Danach bin ich dann auch schon durch mit dem Video. Und das zweite, was eigentlich auch abwechselnd meine erste Wahl ist, ist dunkelgrünes Blattgemüse. Entweder als Salat, auch mit Avocado oder als Smoothie. Können mich da gerne auch nach Rezepten fragen, dann suche ich das kurz raus. Damit ihr dann auch was Konkretes an der Hand habt. Sonst, ja viele haben ja nicht unbedingt die Lust dann jetzt sich so stark mit zu beschäftigen erstmal. Ähm, das ist halt auch ziemlich mineralstoffreich und erdet deswegen ganz gut. Am besten sind da halt Wildkräuter. Ich würde da wirklich so Brennnesseln empfehlen, wenn die nicht zu alt sind momentan. Ähm, dass man sich wirklich sehr viele Brennnesseln nimmt und die, ähm, in den Smoothie rein tut. Oder halt, ähm, so faltet und zerdrückt, damit die Nesseln deaktiviert sind und dann in den Salat gibt. Also das ist wirklich eine richtige Wunderwaffe, diese Wildkräuter. Ähm, und da erdet man sich halt sehr gut. Und, äh, und fühlt sich danach sehr gut, ohne sich halt neu zu vergiften und so weiter. Und danach kommt bei mir gedünstetes Gemüse. Da muss ich persönlich dann schon anfangen zu meditieren, um das, ähm, richtig verdauen zu können. Und das auch gut zu vertragen. Ähm, aber ich bin der Meinung oder der Ansicht, dass einige von euch das sowieso schon unterbewusst teilweise machen, in diese kompensatorischen Meditationen sich zu befinden, also unterbewusst, um gekochtes überhaupt besser zu vertragen. Ähm, weil man vielleicht oder wahrscheinlich unterbewusst weiß, dass wenn man sich, ähm, für mehr Sensibilität diesbezüglich öffnen würde, es einem dauerhaft zu schwierig sein würde. Und man halt, ähm, intuitiv schon weiß, dass man daran langfristig dann scheitern würde. Und dass es dann halt besser ist, erstmal sich nicht, ähm, diesem zu öffnen. Und dann aber halt immer in dieser Anstrengung drin ist, in dieser durften Anstrengung, kompensatorischen Anstrengung, sowas vertragen zu können. Und wenn man halt komplett roh macht, dann fällt die Anstrengung halt komplett weg und alles, äh, fließt, sozusagen. Und, ähm, es fließt, je besser, ähm, je mehr entgiftet man ist. Das, aber, ähm, die Entgiftung kann halt auch, oder halt der Energiefluss, der kann halt so stark erstmal sein, dass man damit nicht umgehen kann. Oder auch die Entgiftung, da gibt's dann halt die vorgestellten, ähm, Methoden oder Lebensmittel, um das dann halt zu minimieren. Ja. Und, aber dafür gibt's dann auch halt die Übergangskost, wenn man halt mit, ähm, halt intuitiv, ich weiß, man würde mit 100% Rohkost noch nicht, äh, klarkommen. Da kann man dann halt erstmal in die Übergangskost rein schnuppern. Dann auch immer, würde ich empfehlen, einen Schritt vorgehen oder zwei Schritte vorgehen, also mehr Rohkost oder halt auch mal einen Saft fasten, auch mal einen Tag Saft fasten oder drei Tage, dann wieder einen Schritt zurückgehen und so weiter, um, ja, da auch mehr Erfahrung zu sammeln und sich mehr daran zu gewöhnen, langsamer. Eigentlich, äh, wollte ich noch was sagen, das ist mir während des Vorlesens eingefallen, jetzt habe ich's aber, jetzt merke ich aber, dass ich mir das gar nicht aufgeschrieben hatte und jetzt fällt's mir auch nicht mehr ein. Deswegen werde ich das Video hier beenden. Boah, ich hätte nicht gedacht, dass ich schon wieder so lang geredet hab. Naja, wie gesagt, das war ein semispontanes Video, deswegen nicht ganz durchstrukturiert. Ich hoffe, ihr konntet trotzdem einiges, äh, davon mitnehmen. Ich finde, das ist ein sehr wichtiges Thema. Ich werde da, darüber wahrscheinlich auch in der Zukunft noch mehrere Videos drüber machen, damit das, ähm, Leute auch, ähm, mehr erreicht, weil das war jetzt dann wieder ein relativ langes Video, viele haben da keine Lust drauf. Hiermit beende ich das dann auch und bis dahin.